Hey Leute, was geht? Phil will hier mit einer weiteren Bar-by-Bar-Analyse für den Tag, den 21.09.2017. Aber bevor wir anfangen, zeige ich euch mein Progress, den ich zur letzten Folge gemacht habe. Hier haben wir angefangen zusammen und jetzt habe ich auf jeden Fall irgendwie 24 oder 23 weitere Charts analysiert. Was mir auffällt, ist, dass ich euch sehr häufig grobe Tage habe, weil es waren einfach Tage, wo ich nicht so kompetent war, ein Setup zu nehmen. Und ich denke mal, es ist ein gutes Mindset zu haben, speziell, wenn man das dann auch live anwenden kann, weil dann vorerst mal später auch keine Trades mehr und sowas. Ist glaube ich allgemein ein sehr gutes Mindset. Natürlich gab es an diesen Tagen auf jeden Fall Trades mehr hätte nehmen können und die Mac dann gemerkt hat. Die habe ich leider nicht gesehen. Und natürlich sind das auch die Tage, die man am meisten dann revieven kann, wo man selber keine Trades genommen hat, aber dann es laut Mac auf jeden Fall gute Opportunities es gab. Ja gut, jetzt gehen wir kurz über Summary Chart drüber. Ja, wie man sieht, August haben wir mit 7,25 Punkten abgeschlossen und im September sind wir gerade mit 8,75 Punkten. Und was ja auch auffällt, ist, dass ich hier auch die 2-Punkte Target Profit hier tracke. Das heißt, wenn ich jeden Trade mit 2-Punkten Profit Target traden würde, tracke ich hier auch einen Profit und so im Vergleich zum 1-Point. Target Profit, wie man sieht, wird im August gleichgeblieben, wird man genauso viel Profit gemacht und im September wäre es mit 1-Punkt Target Profit 8,75 gewesen. Und hierfür ist es ja nicht angezeigt, aber im September wäre es mit 2-Tage Profit 14,5 Punkte Profit gewesen. Also hier gibt es schon eine Differenz, aber gucken wir mal, wie der Monat sich zu Ende spielt hier. Da fangen wir mal direkt an, zeichnen uns diese kleinen Trendlinie ein, die erstmal auffällt, aber skippen erst bis zu 14 Uhr und dann fangen wir mit der Analyse an. 14 Uhr, ja genau hier. Was mir auffällt, bekommen wir ein Overshoot von dieser Trendlinie und haben hier ein Break to a New High anscheinend. Aber nicht schon mal den Break, oder? Vielleicht machen wir sauber einen. Ähm, zack. Er ist schon ein Break to a New High, aber ich denke mal, ähm, es könnte noch höher gehen, speziell wir einen Overshoot haben. Auf jeden Fall wir mit dem 1st Entry Short bekommen und gucken mal, wo der 2nd Entry Short sich, äh, zeigen wird. Bullish Bar, okay. New High haben wir jetzt gemacht und bekommen jetzt eine schlechte Bullish Bar, ähm, hier zu shorten, weil es sich so interessiert, weil wir halt über den EMA sind und sowas. Schlechtes Zeckner Bar, äh, auch wenn es funktioniert. Entschuldigung. Ähm, ist glaube ich kein so schneller Trade. 2nd Entry Short wird getriggert und ist anscheinend auch ein Winner, ja. Jawohl, du bist ein Perfect Scape bis jetzt bekommen. Hast jetzt ein 1st Entry Long bekommen, ist sehr congested jetzt aber, ähm, zeichnen wir uns mal ein, congestion area, zack. Vom 1st Entry haben wir 1st Entry Short wiederbekommen. Okay, das war auf jeden Fall ein Winner gewesen, wenn man diesen 2nd Entry Short hier genommen hätte, aber fand ich nicht gut. Zeckner war zu schlecht und UMA und, äh, der Context war eigentlich so schön speziell, wie wir hier einen Overshoot hatten. Dann kommen wir mal, was hier passiert. Gehen weiter nach unten. Ah, wir haben hier gerade eben auch die Dose getestet, aber ich wäre hier nicht interessiert, also, an dieser Bar hier, äh, nicht interessiert gewesen, Long zu gehen, weil, äh, wie gesagt, schlechtes Zeckner Bar. Nicht wie gesagt. Wieso sag ich immer, wie gesagt? Wäre egal. Ähm, schlechtes Zeckner Bar und, ähm, es ist gegen den Bias, weil, das hier fällt Breakout hier zu traden, ist auf jeden Fall zu aggressiv, weil wir haben hier im Pre-Market hier schon die ganze Zeit so ein Bearish, ähm, Mindset gehabt und, wenn ich dann Fade Breakout traden würde, dann nur to the Upside und, ähm, das ist auf der falschen Seite leider, weil es könnte hier gut weit nach unten gehen. Ähm, wird auch niemand getriggert. Wir bekommen jetzt einen Bullish Bar, wie gesagt. Ich würde immer noch nicht Long gehen, das ist gegen unseren Bias. Bekommt das Tank Entry Long und wird getriggert. Will ich die Trap nehmen? Auch weil, äh, es ist ein Triple Test, diese Area hier, die Support Linie ist mir zu aggressiv. Ähm, okay, Congestion Area bekommen hier, ja, schöne Bearish Bar, aber, finde ich halt zu aggressiv, jetzt speziell, weil wir jetzt in Congestion Area sind. Ja, es ist Todesenglo drin, mehrere so Overlapping Bars und hier eine Doji, hier eine zweite Bearish Doji. Kannst du nicht machen. Kannst nicht argumentieren. Ich würde jetzt nehmen. Gucken wir mal, was der Preis mal jetzt macht. weil, nein, sondern noch eine Doji, also das ist unglaublich. Jetzt kommst du hier ein Lower High, aber immer noch zu eng alles. Tags Off anscheinend. Ähm, okay, bekommen wir anscheinend unseren Second Entry Long oder diesen High hier. Ich bin nicht zu aggressiv. Die sind, also, wie gesagt, Bearish, äh, wir haben Bearish Mindset, den Bearish Bias und hier ist Long zu gehen und wir merken halt, die Bear Legs sind viel größer als die Bull Legs. Zwar haben wir jetzt ein bisschen Abstand zum EMA gewonnen, aber das ist auch eine schlechte Signal Bar hier ein Second Entry Long zu nehmen. Ja, ganz einfach. Kannst du nicht argumentieren. Ja, und wäre so eiskalt getrapped worden, wäre auch Lose ein Tread gewesen, aber ich wäre auch nicht interessiert gewesen, hier ein Trap zu nehmen, weil wir halt zu weit weg am EMA sind und wir haben hier keinen wirklichen Key Entry Point. Das höchste, was wir flasht haben, ist vielleicht sowas hier, ähm, aber es ist auf jeden Fall zu aggressiv. Jetzt zeichnen wir uns gestern mal Zauber ein, weil es ist auf jeden Fall ein Legit Channel, den wir hier haben, haben wir drei Touches. Hier, eins, zwei, drei. Also, das ist auf jeden Fall Legit. Und gucken wir mal, ob wir ein Setup bekommen an dem Key Entry Point. Mhm, das geht weiter nach unten. Wir kommen hier jetzt ein First Entry Long. Ähm, das ist, ob wir die Trendlinie brechen werden. Okay, break die Trendlinie. Erwarten an dem Retest des Lows. Ähm, First Entry Shot wird getriggert, aber wir traden hier keine First Entries, weil die zu aggressiv sind. Wir kommen hier jetzt ein First Entry Long. Sieht sehr congested wieder hier aus. Ja, man kann keinen Trade zu nehmen. Second Entry Shot wird hier getriggert. Ähm, bei diesem High wäre es auch ein First Entry und Second Entry Long. Also wäre es ein Failed Second Entry Long. Second Entry Shot, so ein Pikachu, den man hier nehmen kann. Aber, hm, congestion area. Zwar ist es am IMA, das gefällt mir. Ähm, aber die Second Entry Bar, wo der Second Entry Shot jetzt getriggert wurde, ist nicht so schön. Also würde ich den Trade nicht nehmen. Ja? Da kann man argumentieren, yo, wir warten, äh, mein Retest des Lows und wir haben hier einen Trap und einen Second Entry Short. Ähm, ich denke mal, das kann man argumentieren zu nehmen. Aber ich persönlich ehrlich, ja. Ja. Ja, auch ein Winner gesehen, äh, gewesen, wie man sieht. Aber, ähm, fand ich so aggressiv wie eine Conjection Area. Haben wir jetzt ein neues Slow gemacht. Dieser Down Trend hat sich zu Ende gespielt, also dieses, äh, dieses Slack Down und wir erwarten jetzt eine größere Correction oder ein Straightable Reversal. Haben wir hier jetzt ein First Entry Long. Gehen wir in die Conjection Area, hier, Pearson, einfach durch, durch ein IMA, bekommen ein First Entry Short. Ähm, würde ich für Lungen. Das wäre auch ein First Entry Short Breakout Pullback. Zwar aggressiv, aber weil es ein Breakout Pullback ist, kann man glaube ich argumentieren, das zu nehmen. Ja. Aber würde ich selber nicht nehmen. Aber dadurch, dass es halt diese Ticks nach unten gab, ja, und dass wir ein Breakout Pullback haben, also dieses, die, ähm, Resistance Area, diese Congestion Area getestet haben, ähm, Resistance Turns into Support, kann man diesen Trade, glaube ich, nehmen. Ich würde ihn jetzt nicht nehmen, weil er mir zu aggressiv ist, aber, da wir halt diese Trap hier haben und hier ein paar Shorts getrapped haben, die hier nicht mehr Short gehen sollten, weil wir schon Break and a New Low hatten, kann man es auf jeden Fall argumentieren. Aber, für mich ein bisschen zu aggressiv. Ich will nur die allerbesten Setups nehmen, wie gesagt. Du wirst auch noch nicht niemals getriggert, hier über dieser Bar, also, ähm, ist der Trade niemals passiert. Jetzt bekommst du aber das viel Schöneres. Du bekommst hier ein First Entry, ein Second Entry Short, ein Failed Second Entry Short am EMA, am Breakout, äh, und, ähm, Top der Trading Range. Den Trade muss ich leider nehmen, leider. Auf jeden Fall ist es für mich ein Trade, den man nehmen muss, weil, wie gesagt, es ist ein Failed Second Entry Short am EMA, Breakout Pullback, ja? Das ist auf jeden Fall ein schöner Trade, ja? Also, nach den Regeln muss man diesen Trade leider nehmen. Ich sage, ob ich das eigentlich immer leider habe. Auf jeden Fall, was habe ich gesagt? Es war ein Failed Second Entry Short, ähm, EMA, Breakout Pullback. Gucken mal, was hier passiert. Wir erwarten hier sowieso hier einen Break to a new High. Und ich zeige mir kurz nochmal ganz kurz nochmal diese Trendlinie ein. Nicht, dass ich einen dummen Fehler jetzt begehe und es an der Trendlinie ist. Bin ich wirklich. Ähm, vielleicht soll ich mal einen Trend Channel da einzeichnen und nicht, um hier mit dem Trendlinie arbeiten. Und jetzt mal so. Ja, genau. Irgendwie sowas. Farbe. Von mir ist rot. Ähm. Und, genau. Ja, ich würde den Trade auf jeden Fall nehmen. Also, ich wüsste nicht, warum ich ihn heute nicht nehmen sollte. Ist ein Breakout Pullback, äh, Failed Second Entry Short, EMA, muss man nehmen. Ich werde getriggert. Das heißt, wir sind jetzt hier eingestiegen mit einer Stop oder, ähm, Moment bitte. Äh, wir sind hier einzig drüber eingestiegen. Unser Target Profit ist hier oben, ähm, 2486,2 Fr. Mal gucken, ob wir das Target bekommen. Werden gefüllt. Ist ein Reading Trade. 1,0 für heute. Jetzt würde ich ihn natürlich loggen und sowas, aber aufgrund dessen, dass ich das Video nicht zu lang machen will, ähm, werde ich es nach dem Video machen. Und nochmal, um mit diesem Trade nochmal zurückzukommen. Wie gesagt, Failed Second Entry Short am EMA und Key Entry Point. Das ist wirklich ein schönes Setup. Und wir erwarten sowieso, weil wir einen Break haben, ein neues High. Und sogar mit gutem Kontext. Jetzt würde ich mal genau, ähm, hier aufschreiben. Kommen wir mal, ob wir hier jetzt, okay, eine Bearish Bar. Ist es ein Second Entry Short? Ich glaube nicht. Weil wir hatten hier den First Entry, Second Entry Short. Jetzt ist mal ein First Entry Short. Ist auch ein, ist auch ein Country Point. Die möge ich ein Country Point. Aber, da wir halt hier, ähm, sowieso einen Break und einen New Low hatten, hier, ähm, würde ich auf jeden Fall kein First Entry Short einfach so am Key Entry Point nehmen. Ist viel zu aggressiv. Der First Entry wird getriggert. Und, anscheinend, wurden die getrappt. Okay, der ist ein Congestionary aus. Und hier war kein Trade von mich. Zwar hast du hier ein First Entry bekommen, aber, ähm, bekommst du leider kein Second Entry Long, weil diese Bar hier niemals, an der Slow, äh, oder, beziehungsweise, niemals unter diese Bar hier getrapt hat. Äh, getrapt ist. Äh, Entschuldigung. Äh, das ist wahrscheinlich ein Second Entry Long, die halt die Leute wahrscheinlich trappen können. Äh, das ist ein schwerer Trade jetzt. Was für ein Trade spricht, okay? Ist wieder, dass es ein Fail Second Entry Short ist und ein Second Entry Long. Das ist so ein Pikachu Trade. Wenn wir, gibt es eine größere Trendlinie. Ich will jetzt mal gucken in einer größeren Trendlinie. Mhm. Anscheinend ist eine größere Trendlinie into, ups, was ist da passiert? Eine größere Trendlinie into play. Wenn man sich das anguckt. Wir sind genau, ups, warum was steht die denn weg? Wir sind genau an dieser Trendlinie gebounced. Und die hat ein Touch, zwei Touches, drei Touches. Und die ist somit jetzt into play. Jetzt ist die Frage, will ich jetzt einen Tick darüber long gehen? Was wir wissen, ist, dass die Stops von den Leuten, die hier short gegangen sind, genau ein Tick über dieser Bar sind. Also die sitzen genau hier. Und wenn wir diese Stops erreichen sollten, ja, dann schießen wir, glaube ich, kraftvoll nach oben. Das heißt, ich würde dann hier entryen, mein Target Profit wäre hier. Und ich würde sagen, den Trade würde ich nehmen. Ja. Es ist zwar aggressiv, würde ich sagen, weil wir, es sieht ja ein bisschen congestive aus. Ich glaube, da kann niemand was dagegen sagen. Die einzige Art und Weise, diese Congestion Area safe zu traden, ist halt die Breakouts zu traden. Aber dadurch, dass wir den Pikachu hier haben und wir wissen, dass es, wie sehr nah an den Stops gerade sind und ein schönes Signal bar bekommen und in der Nähe des EMAs sind. Noch schöner wäre der Trade natürlich gewesen, wären die Shorts bis zu den, bis zum EMA gegangen, dann wäre es ein Blower Trade gewesen. Aber für mich ist es nur ein grüner Trade. Es war ein Pikachu, ähm, Pikachu, oder war ein Pikachu, einfach nur, oder? Congested, aufs Krufezeichen, weil es dagegen spricht. Äh, und Candy Point, genau. So, zack. Kommen wir mal, was passiert. Werden getriggert, sind im Trade drin. Also, wie gesagt, wir sind mit einer Stop Order, wo sind wir eingestiegen? High, also Punkt 7,5, circa hier irgendwo. Und der Target Profit ist hier oben. Mal gucken, ob wir mal, ob wir es erreichen sollten. Äh, wo kommen wir hier? Aha, Congestion Area. Sind irgendwie zwei Ticks von unserem Target Profit weg. Das macht ein bisschen Angst, aber wir sind wieder am Key Entry Point. Was hab ich gerade, warum hab ich das gerade weggemacht, ich bin ich, Idiot. Äh, Punkt 7,5, Punkt 7,5. Wir haben, äh, sind einen Tick drüber gekommen. Das heißt, wir wurden auf jeden Fall rausgescalpt. War ein Winning Trade. Auf jeden Fall aggressiv. Ja, aber fand ich immer gut. In dem Moment. Ja, wegen dieser Pikachu mit dem Key Entry Point, äh, fand ich schön. Und jetzt könnte man sagen, Phil, warum hast du jetzt long gegangen, ähm, gegen diese möglichen roten Trendlinie, auch wenn, äh, wenn diese drei Touches hat und somit, äh, confirmed ist sogar vier Touches. Ähm. Ähm, ja, ja, ich hab mir halt, wie gesagt, wenn man sich das hier anguckt, Break to a new low, dieser Down-Trend hat sich zu Ende gespielt. Und dadurch, dass wir halt hier auch schon einen Fade Second Entry Short hatten, sind die Shorten scheinen schon schwach, ja. Ähm. Und dadurch, dass wir jetzt noch einen Fade Second Entry Short bekommen haben, ähm, war für mich so die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass wir jetzt doch noch nach unten kommen, wenn wir schon zwei Second Entry Shorts hier auf, äh, getreten sind und wir diesen möglichen Key Entry Point hier haben, ähm, fand ich diesen Trade gut genug, aber ich kann absolut verstehen, wenn man sagt, das ist zu aggressiv für jemanden. Aber, ähm, für mich war es halt gerade so genug, um zu argumentieren, äh, diesen aggressiven Trade zu nehmen. Dann möchte ich ihn kurz nochmal sauber markieren, ähm, Gold und, äh, Big, zack, so. 2-0 und gucken wir mal, was die Price Action uns jetzt sagt. Mhm, Double Top. Und wenn man sich anguckt, wo sich Double Top gebildet hat, ja, dann fällt einem was sehr interessantes auf. Das hälte ich mir auch ganz kurz ein. Warum kann ich nicht malen, bitte. Und zwar, diese, von dieser Support in dieser Condition Area, habe ich einen Double Top gebildet. Es ist sehr tempting, jetzt gerade diesen Short zu nehmen und ich glaube, es ist wohl ein Short, den man argumentieren kann, zu nehmen. Aber, auch irgendwie nicht, ja. Wir hatten zwei Sachen, jetzt eigentlich sprechen, irgendwie, die mir jetzt gerade auffallen. Ja, rote Trendlinie haben wir hier. Wir haben einen Break bekommen und erwarten Tests los. Ja, safe. Ist auf jeden Fall klar, dass wir einen Tests los erwarten. Und bekommen wir einen Break dieser blauen Trendlinie, ja. Diesen Spaß hier. Und erwarten einen Test, der heißt. Ja, finde ich, es ist Double Top und in Verbindung, dass wir den größeren Trendlinien wahrscheinlich folgen sollten. Kann man, glaube ich, argumentieren, diesen Trades nehmen, aber finde ich jetzt zu aggressiv. Speziell ist hier congested und es ist keine wirkliche Trap mit drin. Ähm, wie zum Beispiel in diesem Fall. Hier war halt eine Trap drin, was diesen Trade hier viel schöner gemacht hat als diesen hier. Äh, äh, diesen möglichen hier. Also würde ich den jetzt einfach jetzt auslassen. Du wirst eh niemals getriggert. Also ist alles irrelevant. Okay, jetzt kommt es in der Bilgebar. Jetzt würde ich höchstens shorten, wenn wir irgendwie einen Fallow High bekommen. Aber der A hält anscheinend den Preis gerade, was gefährlich ist. Ähm. Aber der Lower, ja, Slower High hat auch nicht funktioniert anscheinend. Hat sich getrappt. Ja, es ist sehr eng gerade. Kannst du keine wirklichen Trades nehmen. Nicht wirklich. Ja, es ist irgendwie zwei Congestion Areas, die überlappen hier irgendwie. Ganz komische Situationen, die man hier hat. Ich glaube, da musst du einfach aussetzen, ja. Da kann man einfach nichts machen. Okay, bekommen wir jetzt einen Breakout-Versuch. Ah, guck dir jetzt mal an, wie congested das ist. Ja. So was findet man in der heutigen Chats eher selten. So eine richtig enge Situation. Ja. Wo man wirklich irgendwie vier Bars stacked up übereinander hat. Man hat zwar immer noch Conditioned Areas, keine Frage, aber nicht so schlimm, finde ich. Ähm, jetzt haben wir auf jeden Fall Triple Top hier gehabt. Ähm. Ja, wir kommen wahrscheinlich First Entry Long. Den Fair Breakout hätte ich sie aber nicht genommen. Weil, wie gesagt, es ist mir nicht klar, was wir jetzt machen wollen. Ob wir jetzt eher diese Low-Seed testen wollen oder diese Highs. Also musst du einfach aussetzen und gucken, was der Preis jetzt macht. Doji. Ah, gehen wir nach oben. Ja, es ist sehr eng. Sehr painful, den Rad zu sehen. Ja, sehr eng. Ich meine, das Volumen ist auch sehr low geworden. Man sieht diese Abstände zwischen den Zeiten, wurde viel größer. Ähm. Gucken wir mal, ob wir noch ein Setup finden sollten. Nee, ich glaube, der Tag ist zu Ende. Oh. Kommen wir jetzt nochmal einen Breakout-Versuch? Ich würde jetzt hier bis zum Outlet ziehen wahrscheinlich. Nee. Ja, es ist sehr, sehr eng. Hier darf man absolut kein Trades nehmen, ja. Was du jetzt bekommen hast, ist ein First Entry, Second Entry Short, äh, Second Entry Long. Ähm. Fair Breakout. Aber. Nee. Kann ich nicht argumentieren. Ich kann aber nicht sagen, äh, wenn ich den Trades genommen hätte. Und. Bei First Entry. Okay, hier ist ein First Entry, Second Entry. Nee, wäre sogar nur ein First Entry gewesen. Also ein Breakout-Pullback-First Entry, um den zu nehmen. Hier bekommst du was in... Hier bekommst du einen Fail-Second Short, aber... Das sind vier Dojis, die übereinander lappen. Kannst du nicht nehmen. Kannst du keins der Art und Weise argumentieren. Ja, du kommst hier. Fail Breakout. Kannst du nicht argumentieren. Weil, wie gesagt. Ähm. Du weißt nicht, was der Preis hier machen will. Und der Preis hat ja auch niemals wirklich gezeigt, was er machen will. Ähm. Sagen wir hier... Okay. Obwohl, wir haben hier die Highs getestet. Und könnten dann sagen, ja, wir haben jetzt ein High... An Yuka High gemacht und... Äh, warten jetzt. Concession oder... Ähm. Reset-Up Reversal. Äh. Oder ein... Äh. I'm sorry. Oh my god. Man will testen diese Extreme des Routen-Channels. Aber nee. Kannst du nicht sagen. Also, hier in Long zu gehen, selbst wenn du dann diese Argumentation gefunden hast, das würde ja gegen deiner eigenen Bias sprechen. Du willst ja, wenn du diesen, diesen Bias gefunden hast, diesen Triple-Top hier und Retest der Extreme, nicht mehr weiter Long gehen. Ja. Nee. Kannst du nicht argumentieren. Gut, und da sind wir auch schon im Post-Market. Das war auch schon mal die Analyse für diesen Tag. In Long zu sehen, es ist auch nicht so viel passiert, actually. Aber wir sind 2-0 gegangen, was mich auf jeden Fall freut. Jetzt natürlich die Frage, wie hier ist es mal, was hätte ich besser machen müssen? Gab es einen Channel, den ich nicht gefunden habe? Ähm, ich sehe jetzt ja keinen anderen Channel, den ich gefunden habe, gefunden hätte sollen, wenn es deutsch war. Dann war es okay. Ähm, nee. Not really. Ich glaube, ich habe alle Hauptchanneler gefunden, an denen man Trades argumentieren hätte können. Ich glaube hier, wie gesagt, gibt es glaube ich noch 1-2 Trades, die man sagen könnte, die sind grün. Aber sonst nein. Ja. Dieser Trade war schön. Ja, fällt es eigentlich schon immer in Birke-Polberg mit gutem Kontext. Muss man nehmen. Und der war, der war auch eigentlich ganz schön. Ja. Hier drin kannst du einfach keine Trades nehmen. Da wirst du stärker einfach shoppt ab, ja. Da werden einfach Stops gewandt auf beiden Seiten eiskalt, äh, und der Preis weiß gar nicht, was er machen will. Ja. Wahrscheinlich sogar wegen diesen Trendlinien. Wir, wir als Price Action Trader wussten nicht, was hier abgeht. Wir dachten, der Retest der Low ist vom roten Channel, der Retest der High ist vom oberen Channel. Und der Preis wusste auch nicht, was er machen will. Also perfekte Entscheidung gewesen, hier einfach keine Trades zu nehmen. Und das ist wahrscheinlich auch das Schwerste. Live. Weil wenn du live sowas siehst und ganz diese Congestion Area siehst, die sich hier gebildet hat, dann pennst du wirklich ein, ja. Das passiert mir selber. Ich wurde wirklich einmal fast so müde, äh, beim Printen, beim Zugucken in so eine Congestion Area. Aber, naja, das ist halt Part des Trades. Manchmal gibt es actionreichere Tage und manchmal gibt es 100 Tage. Ist ja gar nicht so schlimm, dass du nur einmal deine 1, 2, 3 Trades findest. Okay, dann war es auch schon mal für die Bar & Bar Analyse. War eine ganz kurze Folge, weil es auch anscheinend wenig, äh, wenig Volumen gab an diesem Tag. Ist aber gar nicht so schlimm, haben unsere Trades gefunden. Dann war es auch schon mal für diese Bar & Bar Analyse und Version zu meinem nächsten Video. Nächste Woche Sonntag, lade ich die immer hoch. Und, dann sehen wir uns, am Montag glaube ich schon wieder, mit einer weiteren Folge World220 Game. Bis dann, ciao, ciao.